Wir organisieren das Open hier, hier in der Villa. Ja? Ja! Was soll das heißen? Das Open findet bei euch statt? Es war nicht meine Idee, sondern die von Luna. Okay, und du unternimmst nichts dagegen? Das Open ist für alle Amber. Meinst du auch die Red Sharks? Ja. Mach was du willst. Deine Erpressungsversuche funktionieren nicht, okay? Ciao. Darf ich euch eure neue Managerin vorstellen? Was? Dann kann ich also für unsere Benefizvorstellung auf sie zählen. Ja, ich finde das eine sehr gute Idee. Wir müssen das Welt heute Nacht noch rausholen. Es war einfach schrecklich. Ich habe von Schauens Zimmer geträumt. Aber ich bin hier, um dich zu begleiten. Und dieser Ort wird dich nicht loslassen, bis du siehst, was sich da verbirgt. Beeil dich doch und sei vorsichtig mit dem Gemälde. Wenn es kaputt geht, ist der Plan im Weimar. Ich bitte dich, Ray. Was machen Sie da? Oh, Verzeihung, wir wussten nicht, dass ihr hier seid. Äh, ja, äh, Luna, Entschuldigung, wir haben Sie nicht bemerkt. Äh, naja, bitte sagen Sie es keinem in Ordnung. Was? Sie beide? Sind Sie etwa? Ja, wir kommen uns gerade näher. Ja, ja, klar. Und, äh, also ehrlich gesagt, mag ich berufliches und privates nicht gerne vermischen. Ja. Also, das war so nicht geplant. Unkontrollierbare Gefühle eben. So viel hart. Ja, also, wir werden es niemandem erzählen. Nein, nein, nicht ein Wörtchen. Ja. Bitte darum? Sicher. Klar. Ja, gut. Gehen wir. Warte, also, ähm, naja, ich freue mich sehr, dass Sie beide jetzt... Wie schön. Komm. Vielen Dank. Danke. Was hast du da getan? Dich gerettet. Es war unvermeidbar. Mich zu küssen? Man erregt nun mal Aufsehen durch einen Kuss und Sie haben nichts bemerkt. Glaubst du, ich hab die Situation ausgenutzt? Das ist ja nicht zu fassen. Du solltest mir lieber dankbar sein. Außerdem, Ray, gibt es viele Männer, die mit dir tauschen würden. Ach ja? Viele Männer? Wie viele denn? Das fragt man eine Dame nicht. Würdest du die alle küssen? Nein. Können wir endlich das Gemälde austauschen?